Hallo und willkommen zu unserem Interface-Kurs. Das ist der fünfte Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe und wir lernen jetzt mehr über das Interface von Blender und es ist wundervoll aufgebaut. Wir sehen in jedem dieser Fenster, das hier ist zum Beispiel unser 3D-Viewport, dann haben wir hier unser Properties-Panel und drüber den Outliner, so ein Symbol links oben. Dieses Symbol öffnet eine Auswahl an Modulen, die wir in diesem Fenster anzeigen können. Wenn wir hier den 3D-Viewport anklicken, dann wechselt mein komplettes Feld zu einem 3D-Viewport, wie wir ihn gerade links offen haben. Drüber können wir auch einen 3D-Viewport einbauen, wenn wir möchten oder einen Outliner, wie vorher, das ist unser Explorer-Fenster, wo wir unsere Objekte sehen oder das Properties-Panel, das vorher etwas weiter unten war, können wir hier oben einbauen. Wir können hier auch noch zwei Properties-Panels bauen, falls wir das möchten. Wir können hier auch wieder den Outliner reinsetzen, wenn ich das lieber so oben habe. Es gibt aktuell keinerlei Beschränkung, was in welchem Feld sein darf. Das hier unten ist auch wieder ein Feld. Wir können das ein bisschen größer machen. Das ist aktuell die Timeline. Da sieht man daran, dass die Symbole links oben auch aktiv sind. Wir können den Graph Editor benutzen in diesem Fenster. Und dann zeigt er hier das Symbol des Graph Editors an. Jetzt verstehen wir auch, dass das Modeling hier zum Beispiel in dem Modeling-Tab, dass das hier nur ein Vorschlag ist. Es ist kein eigenes Programm oder ein eigener Programmabschnitt oder mit besonderen Funktionen hinterlegt. Das Ding ist einfach nur ein Vorschlag, wie man sein Interface einrichten kann, wenn man gerade am Modellieren ist. Für das Sculpting empfiehlt er einfach nur einen 3D-View-Port auf der linken Seite. Aktuell anstatt im Objekt-Modus im Sculpt-Modus, wo wir diese Lehnbearbeitung-Tools haben. Trotzdem rechts oben den Outliner und rechts unten unser Properties-Panel. Bei UV-Editing ist die Ansicht einfach nochmal gespalten. Diese Spalten einer Ansicht ist ganz einfach. Man sieht immer bei den einzelnen Fenstern hier, dass an den Ecken der Cursor zu einem Kreuz wird, wenn man auf die Ecke zeigt. Wenn man die Ecke festhält und zieht, spaltet man das Fenster. Und dann hat man wieder links oben ein Auswahlfeld, was man denn eigentlich in diesem Feld angezeigt haben möchte. Somit können wir hier dreimal den 3D-View-Port aufmachen oder einmal in der Mitte einen Outliner. Genau wie wir möchten. Und das Ganze ist eben für diese verschiedenen Aufgabengebiete, die man mit Blender erfüllen kann. Meistens ist das ein normaler Workflow, den man hat, wenn man einen Render von einem Modell macht. Also ein berechnetes Bild von einem Modell in einer Umgebung. Dann kann man diesem Workflow folgen. Also man modelliert es, dann sculptet man noch ein paar Infos dazu, also noch ein paar Feinheiten. Dann nimmt man den UV-Editing-Bereich, um die Oberfläche abzurollen, also sozusagen zu schälen, einschneiden und schälen wie bei einer Orange, damit man es auf einer 2D-Oberfläche ausbreiten und durch einen Drucker jagen kann. Dann ist das Ding angemalt oder man malt es von Hand an mit dem Texture-Paint-Modus. Dann kümmert man sich noch um die Schatten. Dann kann man es animieren und mit Rendering ein Video davon machen. Zu Compositing und Scripting kommen wir sehr, sehr, sehr viel später. Was wäre Blender, wenn wir nicht auch für das Interface ein paar Shortcuts hätten? Und die haben wir. Wenn wir zum Beispiel ein Fenster im Vollbild-Modus öffnen möchten, dann zeigen wir in dieses Fenster rein mit unserem Cursor und drücken die Steuerung und die Leertaste. Sobald wir das gemacht haben, ist unser Fenster im absoluten Vollbild-Modus. Das bedeutet, selbst der Outliner rechts ist verschwunden. Wir sind im Vollbild-Modus und mit weiteren Steuerung und Leertasten drücken, kommen wir wieder zurück. Das lässt sich in jedem dieser Fenster machen, also auch unten in der Timeline, in unserem Properties-Panel oder dem Outliner. Das ist besonders wichtig, wenn wir im UV-Editing-Modus sind. Da können wir nämlich ganz besonders viel Platz benötigen, wenn wir unsere einzelnen aufgeschälten Modelle schön aneinander anordnen möchten. Dann können wir keinen Platz mehr auf dem Monitor verschwenden. Für die Leute, die aus dem technischen CAD-Bereich kommen, wird wahrscheinlich eine Quad-View schmerzlich vermisst, bzw. hat sich in den Workflow einfach so eingeschlichen. Die kriegen wir auch ganz leicht wieder her, und zwar mit STRG, ALT und Q gleichzeitig. Damit wird eine 3D-View zu einer Quad-View. Und wir haben hier eine Sperrung in der Mitte. Das bedeutet, wir können auch mit einem gedrückten Mausrad nicht in den orthografischen Ansichten, in den perspektivischen Modus gehen und uns umschauen. Das funktioniert nur rechts oben in der User-Perspective. Dieser Quad-View-Mode ist also eine Spezialanfertigung und kann mit STRG, ALT und Q wieder verlassen werden und unterscheidet sich natürlich stark von dem händisch zusammengebastelten Quad-View, den wir hier sehen. Selbst wenn wir hier die ganzen Leisten ausblenden, ist das nicht der gleiche Modus, denn wir haben hier eine Auswahl, ob wir vielleicht doch ein anderes Modul haben möchten als den 3D-View-Port. Außerdem können wir auch, wenn wir hier in die entsprechenden orthografischen Ansichten gehen, immer noch die Möglichkeit mit dem Mausrad in eins der perspektivischen Ansichten zu wechseln. Das geht nicht mehr bei STRG, ALT und Q. Diese Quad-View ist tatsächlich reglementiert. Und sie zählt vor allem als ein Fenster und das ist wohl der größte Vorteil. Das bedeutet, wir können nicht versehentlich irgendetwas an diesen Ansichten kaputt machen. So viel zum Interface. Spielt damit rum, richtet es euch ein, wie ihr es möchtet und sollte irgendetwas kaputt gehen an der ganzen Angelegenheit oder ihr der Meinung seid, das lohnt sich einfach nicht mehr, das wieder herzustellen, wie es vorher war. Denn es ist viel zu viel Arbeit. Ihr müsst nicht gleich eure Blend-Datei wegschmeißen. Einfach hier auf das Plus klicken und euch so einen Workspace, wie er vorher war, wieder herstellen. Und zwar mit General. Und dort habt ihr die Auswahl Animation, Compositing, Layout, Modeling, Rendering, Scripting, Sculpting, Shading, Texture, Paint und UV-Editing. Und das sind genau die, die aktuell schon offen sind. Es gibt sogar noch ein paar spezielle Vorschläge, wie ihr euren Arbeitsbereich einrichten könnt. Und die findet ihr bei den 2D-Animations, Sculpting, VFX und Video-Editing. Ihr könnt bestehende duplizieren oder einfach direkt über den Delete-Button bei einem Rechtsklick drauf löschen und natürlich neu anordnen, indem ihr hier Rechtsklick Reorder to Front oder to Back anklickt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.